Musik Der Breune, jetzt die Möglichkeit! Kimmich, James Rodriguez, Thomas Müller. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Da machst du als Torwart natürlich nichts aus der Entfernung. Lewandowski jetzt am Ball. Kamis, macht er den rein! Den Ball hält er gut. David Silva. David Silva. Sterling mit der Chance. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. David Silva. Nero Sané. Aguero! Und Tor, den macht er. Aber es war auch ein bisschen Glück dabei. Das könnte der Gelegenheit werden. Jetzt die Gelegenheit. Und den Ball blockt Alaba. Jetzt hatten sie die Chance. Das wäre die Führung gewesen. Thiago mit viel Druck nach vorne. Und jetzt die Chance. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Kurz vor Schluss doch noch die Führung. Lewandowski. Ein echter Lewandowski. Wer so einen im Team hat, der kann sich freuen. Eine klasse Aktion.